Hey Papa, morgen gehen wir auf Klassenfahrt. Kannst du vielleicht hier unterschreiben? Du weißt, was ich frage. Wie viel kostet das? 20 Euro. Tut mir leid, so viel haben wir nicht. Ja, verstehe ich. Bro, wie hast du denn immer das Geld dafür? Ich klau und bringe Menschen um. Echt? Bin gar nicht erst dran, du bist nicht tough genug. Wir lieber zu Meges arbeiten. Dein Vater liegt im Sterben. Wir können den Krebs behandeln, aber das kostet viel Geld. Kein Problem, ich besorg das Geld.